Ich überlege, wie ich das auf dieser verdammten kleinen Map mache und dann wird das so versaut, das finde ich echt nicht okay. Hammer. Hammer. Welche Map? Ich verstehe das richtig, Pippi, wir lachen nicht über dich, wir lachen darüber, dass es so random war. Wir lachen unter dich. Das ist unbeweisbar. Ich finde das nicht toll, ich bin jetzt auch das erste Mal Traitor geworden. Pippi, theoretisch gesehen hätte ich dir helfen können damit. Ja, praktisch hast du es aber nicht. Ja, genau. Du hast es recht. Fick dich. Ja, also komm, wenn er bei einer 4 zu 1 Chance die 1 kriegt, dann, ne? Oh, man kann den gar nicht abknallen. Äh, kaputt machen. Das ist einfach, dass du ein massives Peck hattest. Die sind nicht rot und sind auch nicht mit Explosiv markiert. Trotzdem, ADM ist eigentlich ganz okay. Trotzdem, ADMing ist für den Arsch, also. Kann man ganz gut sniperen. Ja, echt? Nee, ich hätte die Pistole genommen. Oh nein! Ihr wollt mich verarschen, oder? Ich bin schon wieder Detektiv! Detektiv Peerdo on the roll. Lass sich einschießen. Ey, die Scheiben lassen sich einschießen. Und nicht alle. Hier gibt doch irgendwo so ein richtig krasses Munitionslager. Ich habe eine Zweitwaffe geführt. Ich glaube, man muss denken. Ich glaube, ich habe hier etwas, ein Geheimnis für Trailer gefunden. Was hast du denn? Eppi, bist du es? Weil ich nicht bin, also. Ja, aber weißt du dann, dass das ein Trailer-Geheimnis ist? Weil es hier nichts gibt. Außer einen Schacht, wo man runterfallen kann und sich die Beine brechen kann. Ich habe den, ah, da bist du. Kubis bei mir, Kubis. Oh, Vekki ist auch bei mir. Warum sagst du, ist er bei mir? Frage, wieso bist du bei uns? Warum hast du gerade ne G hat gekauft? Wie geht das ja eigentlich lang? Habe ich gar nicht. Ich habe keine G hat gekauft. Nein, habe ich nicht. Doch. Ja gut, komm, kill mich. Du hast noch eine, wuuh, blöd. Nico, komm mal her. Nee. Bitte. Nee. Alter, du bist so ein Monge. Ich habe jetzt einen Trailer. Nein. Bist du nicht? Kubis für mich kill on side. Ich bin nicht Trailer. Kubis für mich kill on side, der hat mich mit zwei Kanaden gebraucht. Hast du ne Macke? Nee, ich habe ne Macke. Was geht mit euch? Da lag ne fucking Brandgranate im Flur. Hättest du mich nicht informieren können? Hättest du mich nicht informieren können? Da lag ne fucking Brandgranate im Flur. Hättest du können oder? Ich habe gerade Brandschaden gekriegt. Äh, von unter der Treppe. Guck mal, da hängen Wasserhähne aus der Pilswand raus. So Leute, wer ist jetzt der Trailer? Das weiß ich noch nicht. Ah. Ich wurde angeschossen. Ja, so meine Theorie ist immer, jedes Mal, wenn zwei Minuten vorbei sind, ist es Bierdo. Aber das Problem ist, Bierdo ist ja der Detektiv, also scheiße. Oh stimmt. Ja, egal. Weg von ihm, weg von ihm, weg von ihm. Ich bin Detektiv und Traitor. Also wenn du uns alle abschießt, dann wirst du nicht mehr Detektiv. Zumindest nicht mehr diese Map. Ja, stimmt so, sein Karma sinkt ja dann. Ja, dann bist du Karma los. Das Ding ist, er will ja nicht mal Detektiv sein, das ist halt das Schlimme. Ja, ja, eben. Sprich, er hat sogar einen Grund, uns alle random zu killen. Also ich sag mal so, es ist einer von euch insofern. Ja, ich sag mal so, es ist einer von euch. Ja gut, dann ist es Peppy. Ich sag mal so, es ist einer von euch. Warum grinst du beim... Warum grinst du, wenn du das sagst? Ja, er hat gegrinst. Peppy, wie gehörst du das? Hab ich gehört. Er hat durch seine Seele geguckt, weißt du. Okay, Peppy, wo bist du? Oh mein Gott. Ja, komm, Peppy, wo bist du? Hört, die Diener ist ein Hexer. Hört, die Diener ist ein Hexer. Nicht alle Traitor sind Hexen, okay? Peppy, warum? Das ist ein Vorurteil. Geh weg von mir, ich will nicht sterben. Äh, Peppy hat gerade irgendeine Waffe. Felix, geh weg von mir. Ich vertraue dir als Detektiv nicht. Du, ich erschließ dich nicht, Nico. Ich vertraue dir als Detektiv nicht. Was du aber vergisst, du hast gesagt, du willst ihn umbringen. Also, da... Nein. Ich glaub, es ist Peppy, ich glaub, es ist Peppy, ich glaub, es ist Peppy. Da es keine unschuldige Hexe gibt. Was hast du da gerade für eine Granate geworfen? Hast du da für eine Waffe? Ich habe gerade eine Bombe. Ich mache was anderes. Wie heißt die Teilnehmer? Peppy, wie schreibt man Innocent rückwärts? Okay, ich habe da eine Innocent. Innocent. Buchstabie Innocent rückwärts. Peppy, 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 Peppy. Oh, das ist Peppy. Peppy, er muss es sein. Er hat auf mich geschossen. Okay, ist aber nicht nett. Er ist in dem Munitionslager. Das ist Peppy, der. Okay, dann sniper ich den mal kurz runter. Kubi, buchstabier mal Innocent rückwärts. Aha, Peppy ist nämlich tot. Nee, Peppy ist nicht tot. Ich sehe den. Oh, dann war es doch Peppy. Ja, ich war tot. Wenn du mich fragst, was buchstabieren du, ist es aber nicht machen. Wieso ist dein Peppy tot? Ah, Nico, ich dachte, ich hätte nicht mehr so zu tun, dass du mir das teilt hast. Ja, aber ich war schon, ich war schon, ähm, ich hätte besser stehen geblieben, um zu snipen, hätte ich nicht 100 Pro gekillt. Ich hätte schlecht die Silence rausgeholt, da ist auch der Zeitdruck und Kubi war auf einmal hinter mir, da dachte ich mir, da kann ich jetzt nicht die Silence rausziehen. Du Schwein, ich habe dir vertraut. Ich habe mir auch vertraut, na und? Ich würde mir auch nicht vertraut. Ich habe Tiberius vertraut, der hat mich angegriffen. Ich habe mich nicht angegriffen. Ich habe mich nicht hinterrücksniedergeschossen, oder? Er war an, das wäre mich angeschossen. Ich war nicht angeschossen. Habe ich dich hinterrücksniedergeschossen, Bedo? Hast du nicht? Okay, vielleicht habe ich zwischen mir versucht, dich zu spüren. Burn, burn, burn. Burn, mach doch mal da. Burn, mach doch mal da. Burn, mach doch mal da. Ich will da sehen. Loll, da unten ist raus. Ich will sehen, wie das Haus brennt. Alter, jemand schießt schon. Boah, Kubi, lass dich mal durch. Alter, weil du so fett... Äh, Nico, Nico! Ausgerechnet die Runde, wo ich detektiv bin, nimmst du mir die ganze Arbeit ab? Was ist das für eine Scheiße? Da ist gerade was runtergefallen. Das sah nicht sehr gesund aus. Ich habe Kubi nicht gesehen. Wie, du hast Kubi nicht gesehen? Ja, ich habe Kubi nicht gesehen. Okay. Ich bin in einem Haus drinne und habe Kubi nicht gesehen. Keine Ahnung, wo der ist. Aber ich vermute, Kubi ist jetzt tot. Ja, das weiß ich nicht. Der könnte jetzt auch schweigen. In dem Holz... In dem roten Steinhaus ist ein Typ drin. Ich habe jetzt gerade eine Mech gefunden. Ich kaufe mir jetzt erstmal meinen Riot Shield und dann geht's los. Ich smoke mich jetzt in irgendwas rein. Also, ja, in einer Rauchwolke halt. Bin jetzt in einem roten Haus. Ich bin auch in einem Haus. Ich weiß aber nicht, wie ich rauskomme. Also, ich laufe gerade die Treppen lang. Wo seid denn ihr? Äh, nee. Ich will euch lieber nicht treffen. Ach, nee. Bin dort, wo ich das Traitor-Geheimnis vermute. Beste Info. Boa, Alter. Ich peile nicht, wo ich gelangen muss. Ich peile es echt nicht. Überall. Lauf einfach durch die Gegend. Du wirst schon irgendwas finden. Kennt ihr das Felsenareal? Felsenareal? Ja, da ist so ein komisches Geheingang-Ding ins Zeug. Ich vermute, dass es Traitor ist, aber ich weiß es nicht, weil ich noch nie Traitor war auf der Map und hier drin war. Ist voll nervig. Ah! Da hat was auf mich geschossen. Das hat mir nicht gefallen. Okay, ich komme, ich komme. Detektiv, es ist on the go. Mit was? Mit meinem Riot Shield. Nein, was hat auf dich geschossen? Keine Ahnung, was auf mich geschossen hat. Also, ich glaube ja, dass QB irgendwo noch lebt. Ja, das glaube ich auch. Ich such den gerade. Ich sehe da jemanden rumflitzen. Wo ist das? Wo, 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 wo. Ah, das bin ich. Ich bin auch. Ah, so, okay. Auch gerne da hinten ist Felix. Hi, Felix. Ja, hi. Da liegt eine AWP rum. Loll, wo? Dann, what? Und ich kann sie nicht aufsammeln. Das heißt, das ist die Traitor-AWP und sie wurde schon benutzt. Das ist schon mal gut. An sich. Ja, wo ist einer richtig geil genug? Ich bin das. Jetzt, lass mich. Achso, du bist das, Peppy. Da war einer verdammt schlecht, muss ich schon sagen. Ja, das glaube ich auch. Moment, sind da Einschluss... Ne, keine Einschlosslöcher im Fenster. Ich dachte gerade, er hat von so frühs Fenster zu. Ey, Felix. Wie sieht das geil aus von hier? Was? Dein Arsch. Ich kiepe ja gerade das Ding. Seid mal ein bisschen mehr daring hier. Mein Arsch sieht immer geil aus. Jetzt sind wir schon wieder vier Minuten vorbei und immer noch keiner tot ist auf Kubi vielleicht. Ich kann da auch nichts dafür. Weißt du was? Fuck das. Willst du nicht? Ja, das war nicht. Willst du mir verarschen? Mann, ich sag's doch. Das gibt's doch nicht. Wieso random kille ich die Person nimmer? Ne, also komm, so random war das nicht. Das konnte nur Nico oder Kubi sein. Ne, ernsthaft. Weißt du, du hast nie einen Grund. Du kommst jedes Mal und killst dich. Ich glaub, Werdelking ist dein nächst Kill on Sight. Ja, für mich ist Werdelking auf jeden Fall Kill on Sight. Wieso hast du mich ausgeschlossen? Das ist mir scheißegal. Also ich kill dich jetzt jedes Mal, wenn ich dich sehe. Auch wenn du Detective bist und ich inno. Das ist nicht geil, Jungs. Er hat immer recht mit seiner Annahme. Nein, wenn er Detective ist, dann bring ich ihn nicht um. Ja, ich schon. Aber jetzt mal ehrlich. Okay, wenn er Detective ist, dann bring ich ihn nicht um. Das ist fair. Drei Mal als Traitor random getötet. Drei Mal als Traitor random getötet. Das war nicht random gerade. Das war nicht random gerade. Es war random. Du könntest nur du sein, weil Kubi geschrien hat, du bist es. Und er war tot offensichtlich. Ihr habt es nicht ganz gedacht. Ach, hör auf. Es ist nicht mal eine Annahme gehabt oder sowas. Ich hatte die Annahme sehr wohl schon die ganze Zeit. Ich habe dich bloß nicht gesehen, weil ich woanders war. Um nur kurz was zu sagen, ich muss Nico zustimmen. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung. Ja, das meine ich ja. Das ist schwach von dir, Alter. Du kamst einfach zu und hast dich weggeballert. Wie so eine Schlampe. Oh nein. Wieso sollte ich dich schützen? Was ist das hier für ein Tunnel, ey? Ich bin auch mal ein Detective. Boah, ich komme nicht aus dem Haus raus. Ich bin ein Detective, aber das letzte Mal, wo du Detective warst. Das bedeutet nur, dass er nicht Traitor ist. Das ist in Ordnung. Ja. Ich komme aus diesem Dreckshaus raus. Man kann sich ja eigentlich richtig geil Zeugs kaufen. Als Detective? Theoretisch, ja. Was gibt es denn da zu kaufen? Riot Shield. Hey, die P90. Der Papist Prototyp. Oh, wer ist das denn? Ja, ich habe den Ausgang gefunden. Ich habe gerade fast gekotzt, ne? Alter, Black, ihr erschreckt mich nicht. Wenn wir den DNA-Scanner an mir testen, kommen wir zurück. Ey, der DNA-Scanner funzt mich. Den habe ich auch gekauft. Der funzt einfach nicht. Kann auch meine Waffe wegwerfen, wenn du dich sicherer fühlst. Du kannst doch einfach deine Hose runterziehen. Oh, der muss er alles haben. Dann gibt es aufs Pöpschen. Da ist Felix. Ich gehe lieber weg. Oh, shit. Irgendwie hat das jetzt... Warte mal kurz. Oh, wenn wir beide weggenatzt werden, dann ist das deine Schuld. Dann hast du mich auch ein Gewissen. Ah. Ich glaube, Black hier... Moment, jetzt muss ich mal was testen. Wieso soll es ich sein? Alter, voll uncool. Ja, weil der Name mit B anfängt. Würdukin, oh. Ja, genau, weil mein Name mit B anfängt. Black Laser, bleib mal stehen. Wieso? Ich will was testen. Hast du es geschafft, mit dem Scannen? Vicky! Ja, wie ich halt recht hatte, ne? Barsche, Pisse. Fucking wie lang ist diese... Ich habe sie alle gekriegt, ne, doch nicht. Das war der letzte Schuss, Junge. Der letzte fucking Schuss aus meiner... So an, Vicky. Ich hatte vielleicht noch eine AWP mit einem Schuss übrig. Ah, okay. Hast du ihn gekillt oder ich? Ich habe auch wieder gekillt. Das war voll stylish. Ihr habt es nicht mal gemerkt. Ne, ne. Und Nico ist die ganze Zeit an mir vorbeigelatscht und er hat nichts gesagt. Ja? Du warst voll schwach, Alter. Du lagst da? Ne, ernsthaft, du lagst da. Ja! Die ganze Zeit. Ich habe dich nicht gesehen. Genau deswegen erwarte ich von euch, dass ihr als Traitor ein bisschen eher am Zug seid, weil es war eigentlich relativ easy, auch wenn ihr es jetzt nicht gewonnen habt. Was mir gestohlen hat, ich bin wieder nicht in die Felsareal reingekommen. Ich weiß echt nicht, warum ich mich nicht davon aufhabe. Das ist nur ein Rundgang, Blackie. Das ist nur ein Rundgang. Bist du dir da sicher? Ja, ich konnte einmal drum rumlaufen. Aber als Traitor? Da gibt es nichts. Ne, nicht mal als Traitor, als Endo. Ja, das ist ja egal. Als Traitor ist es wichtig. Du musst da als Traitor rein und gucken, ob es da was gibt. Das ist das, was Interessantes. Aber ich hatte nicht die Möglichkeit, dort hinzukommen. Ich habe mich irgendwie komplett verlaufen. Ja, lol, ich mag fest. Töten, töten. Warte, ne, ich bin frei, ich bin frei. Ich habe die Kiste weggeballert. Oh, der hat sich richtig ekel angehört, der Rülpser. Ja, schon. Der hat sich richtig geil angehört. Ich habe eine Disconculator. Muss ich schon mal zugeben, der hat sich voll ekel angehört. Felix ist Traitor. Nein, ich bin Detective. Ich vermieter. Oh, manno. Kann man hier nicht mal die Vermutung bestimmen? Alter, wieso wird er immer, Detective, wenn er immer ständig hier random killt? Na ja, gut, er killt ja auch immer die richtigen random. Ja, gut, stimmt. Muss man halt echt sagen. Wenn er die falschen killen würde, dann wäre er schon längst kein Detective mehr. So, ich habe noch nicht wirklich eine Waffe. So, ich opfer mich jetzt. Ich habe eine Smoke Grenade und werde mich jetzt ersticken in dem Raum. Aber ich glaube, ich werde den Detective-Wert für die nächsten Spiele hochstellen. Also man muss da mindestens 800 Karma haben, anstatt 700. Peppy ist bei mir, Peppy ist bei mir. Wer findet, dass ich ein schlechter Detective bin? Ich. Ich. Gut, könntest du dann bitte herkommen, damit ich dich random kille, damit ich nie wieder Detective bin? Oh, manno. Ich glaube, das funktioniert mit einem Kill, ne? Das reicht nicht mit einem. Du musst drei Leute random killen, die nicht der Traitor sind am Stück. Dein Stück? Challenge accepted. Da kommt mal her. Oh, Blacklaser ist bei mir. Ja, ich bin bei dir. Ich weiß. Ich habe nur eine Diegel, Junge. Ich habe so Angst. Also ich helfe dem Detective jetzt mal wieder und sage ganz eindeutig, dass es einer von euch. Ich komme gerade nicht aus dem Haus, ohne Spaß. Ich komme gerade nicht klar. Ich versuche irgendwie nach oben zu kommen, aber das geht einfach nicht. Aha. Was hast du für eine Granate geschmissen? Ich muss zum Mo. Geh mal hin, geh mal hin, geh mal hin. Das ist zum Mo. Ja, wirklich? Komm, komm, geh zurück, geh zurück. Tatsächlich, Mann, ist zurück. Interessant. Boah, ist das geiler Stopp. Ganz ehrlich, das muss auch einer von euch sein. Ich bin es nicht. Was? Oh, jetzt vertraue ich Blacky nicht. Ich laufe hinter dem her. Ah, warum laufe ich? Ernsthaft, wieso laufe ich hinter dem her? Ich habe mich verlaufen, Leute. Habe mich auch gerade gefragt, warum du hinter mir herläufst, aber da das jetzt nicht mehr tust, ist okay, ne? Du musst irgendwann links abbiegen und dann irgendwann links. Dann rechts. In jedem Fall müsste sich der Trader mal beeilen, weil... Ja, das wird wieder gefällig runter, ne? Detective Bearder, sind sie noch am Leben? Ja, und weil er möchte ich nicht finden. Ich finde mich selber nicht. Ach, scheiße. Haben sie ihn wieder als erstes abgeknallt. Hä? Ja, er ist echt tot. Felix. Lol. Okay. Wegen was? Das ist natürlich scheiße. Also ich und Nico, wir waren fast die ganze Zeit beisammen. Das heißt immer noch Nico und ich. Seitdem man das letzte Mal... Nico und ich. Halt die Schnauze, Junge. Der Spruch ist dumm. Das ist deutsche Dingsschreibung. Das ist Quatsch, ist das? Wirklich nicht. Also ich glaube, entweder das ist Kubi oder das ist Peppi. Ja, aber warum hat Peppi gerade eben gesagt, er war es wirklich nicht? Weil Nico war es die meiste Zeit so... Ja, keine Ahnung, weil er glaubt, dass diese Aussage irgendwie was bringt. Okay. Stimmt das. Das Ding hier wieder. Oh, Peppi. Also Peppi hat sich für mich jetzt schon leicht geoutet. Ich sehe da einen mit einer Sniper hinten stehen, aber ich hab nicht gesehen, wer das war. Ich, das war ich, das war ich, das war ich. Ich häng hier auch hin. Peppi sagt gerade er was. Also jetzt entscheidet euch mal, wenn man fein der Traitor ist. Ja, dann war es auch dir beide. Das ist doch egal. Also seid ihr beide der Traitor. Ich hab eigentlich gedacht, ich versteck mich hier, weil damit der Mann mich findet. Wir wissen fast mit Sicherheit, dass wir nicht die Traitor sind, ne? Ja. Also eigentlich könnten wir jetzt... Springen, spinnen. Also eigentlich könnten wir jetzt repräsentativ für den Detective die Leute empfangen, wie ich wusste es. Weil ich häng fest. Scheiße. Kubi ist es übrigens, ne? Nein. Ich bin's nicht. Bin mir da nicht sicher, wer von euch beiden das ist. Okay. Jetzt kann es ja nur noch Kubi sein. So schlecht. Wirklich, so dermaßen schlecht. Mich hat er noch überrascht, aber okay. Wo ist er? Was? Was ist das? Loll. Komm schon. Komm schon. Hä? Ist das hier Wasser? Schau, Kubi. Deine Falle, die du ausgelöst hast, wird dich töten. Ich hab keine Falle ausgelöst. Ich hab keine Falle ausgelöst. Wie geht das? Wie? Gesnallt. Hey, cool. Peppy, ich hätte ernsthaft gedacht... Tatsächlich, was ist das für eine Falle? Das ist eine Wasserfalle. Ich hatte ja nicht ausgelöst. Wie geht die? Ich hätte echt gedacht, dass du's wärst. Dass du Terrorist wärst, da? Wie geht die Falle? Ich hab mich nicht hingockt, damit mich keiner findet, aber... Ah, man muss jetzt ein bisschen Jump'n'Run machen. Bei Peppy da. Aber Blackley hat mich echt gefunden, schon. Aber der Spot, der ist echt fies. Wie kommst du da niemals gesehen? Wie kommst du da wieder raus? Ich kam da gar nicht mehr raus. Aber ich dachte, mir ist ein ganz nettes Versteck. Alter, aber die Arkad, die macht schon ganz schön damage. Die haut echt rein. Ja, aber wie viel Leben hattest du noch übrig? Das war morgens, ja. Ich hab mich auch ausgelöst. Äh, darf Granaten auf mich zu schmeißen, Nico. Graten. Darf Graten auf mich zu schmeißen, du Sau.